Applaus Wir starten mit den Detailhandels-Assistentinnen und Assistenten. Parat machen kann sich jetzt Klasse DHA 14A mit Markus Studer und Maria Rüsch. Und das Mikrofon übergebe ich jetzt Sarah Sommerhalder. Gut, sind alle bereit? Dann würden wir loslegen. Das ist Klasse DHA 14A und wir starten mit Eliane Kaufmann von der Landi Udysalz. Dann der Dona Krasnitschi, Maischhaus Sorsi. Applaus Keren Lemos, Landi Sorsi. Applaus Lara Milutinovic, Schild-Athlet Sorsi. Applaus Sandro Möller, Migros Sorsi. Applaus Janik Möller, Enz Audio Video AG in Luzern. Applaus Melanie Santos Silva, Migros Wohlhause. Applaus Silvan Schwegler, Scherzport Sorsi. Er musste sich leider entschuldigen. Und ebenso Aaron Sen von der Garage Burkett in Sorsi. Sanela Stojkovic, Quartiertreff Luzern. Applaus Applaus Und zu guter Letzt Seda Wardig, Teliwell Sorsi. Applaus Gut, währenddessen die hier noch ein Foto machen, kann sich bereits die nächste Klasse hier aufstellen. Das ist die Klasse DHA 14b mit dem Klassenlehrer Rudi Lendetzki. Applaus Gut, dann lassen wir los mit der Helen Ambühl, Bäckereikonditorein Steiner in Menzenau. Applaus Sabrina Banz, Goob Dagmar Selle. Applaus Melanie Fassbind, Spahr Nebiken. Applaus Latife Gashi, Bäckerei Erni, Rausmo. Applaus Donna Gaspers, Vögelischaus, Sorsi. Applaus Arbulena Krasnici, Gastro3 2013 in Sorsi. Applaus Sabrié Kriesiu, Tom Taylor Sorsi. Applaus Marion Leibendhut, Goob Willisau. Applaus Arianna Ratschei, Goob Trienge. Applaus Sabrina Stocker, Schuchung Sorsi. Applaus Applaus Und der junge Herr, der noch wartet, ist Adrian Wiesler von Migros Willisau. Applaus Sie kann sich langsam die nächste Klasse auf den Weg hier vorne machen. Das ist DHF 13a mit der Klassenlehrerin Stefanie Ramp. Ich sehe, sie stehen schön hinterher, damit sie auch wirklich den ganzen Teppich ausnutzen können. Das finde ich super. Wir fangen an mit Sarah Albisser, Mai Schuus, Sorsi. Applaus Nadine Bachmann, Zemp Eisenwaren und Haushalt Wolhuse. Applaus Garmen Bieri, Wohlehof Sorsi. Applaus Janik Briner, Gastro-Tray 2013, Sorsi. Applaus Michelle Costa, Goob Emmerbrook. Applaus Michelle Costa, Goob Emmerbrook. Applaus Ramona Gozio, Migros Sorsi. Applaus Stefanie Geiser, Landi Reide. Applaus Stefanie Geiser, Landi Reide. Applaus Matthias Gisler, Landi Oberkölk. Applaus Matthias Gisler, Landi Oberkölk. Schör von Zimmerli, Reide. Applaus Karin Hafner, Migros Sorsi. Applaus Albina Hasanei, Goob Sorsi. Applaus Luka Imfeld, Aldi Suisse, Sorsi. Applaus Kanoquan Crovician, Metzgerei Felder, Entli Buch. Applaus Tatiana Morandi, Volk Sörberg. Applaus Tatiana Morandi, Volk Sörberg. Applaus Manuela Neyer, Dosenbach Sorsi. Applaus Deborah Schärli, Migros Fachmärkte, Sorsi. Applaus Applaus Linda Schwegler, Bäckerei Chromenacher, Grosswannen. Applaus Andrin Schwendener, Horstädter Autotechnik, Sorsi. Applaus Und schliesslich die Ursula Studer, Kreiliger AG Willisau. Applaus Dann kann sich langsam die nächste Klasse auf den Weg machen. Das ist die DHF 13b. Ebenfalls mit Stefanie Rapp aus Klassenlehrerin. Applaus Also, dann starten wir hier mit Nadje Arslan, Schueküm, Sorsi. Applaus Katharina Beitsch, Charles Vögelimode, Sorsi. Applaus Martina Bossert, Volk Etiswil. Applaus Isabelle Brito de Oliveira, Petermode Willisau. Applaus Sandro Bucher, Jumbo Willisau. Applaus Applaus Serina Bürli, Go Sorsi. Applaus Stefanie Fischer, Tännersatellit Nebiken. Applaus Rosa Fusco, Petermode Willisau. Applaus Thierry Glor, Migros-Fachmärkte Sorsi. Applaus Applaus Anita Huber, Hodl Bäckerei Hofstadt. Applaus Applaus Linda Meier, Schuhhausmeier Willisau. Applaus Christina Nreiei, Zentralhof Sorsi. Applaus Gabriela Peter, Grund AG Trienge. Applaus Ramona Reber, Mehrgasmetzg Zell. Applaus Applaus Sina Roth, Stöckli Swisssports, Wollhausen. Applaus Applaus Fabio Rucci, Hutsport Willisau. Applaus Fabio Rucci, Hutsport Willisau. Applaus Applaus Selin Schmid, Kaffee Kohler, Sorsi. Applaus Stefanie Tellenbach, Gobe Schöpfe. Applaus Leonie Zemp, Maiweibel Willisau. Applaus Und Nicole Zeiler, Kaffee Kohler, Sorsi. Applaus Dann bitte ich die nächste Klasse hier vorne, das ist die DHF 13c und Klassenlehrerin Leonie Greuther. Gut, wir starten mit Larissa Arnold, Denner Satellit, Wollwil. Applaus Daniela Baumeler, Brot & Co. Grosswanger. Applaus Adriana Bossert, Imhof Babettri Willisau. Applaus Applaus Sven Bühler, Migros Reide. Applaus Applaus Luxan Chandra Kumar, Migros Ursi. Applaus Sabrina Döni, McPaperland Luzern. Applaus Sabrina Döni, McPaperland Luzern. Applaus Simona Dottmann, Robert Freibabettri, Dagmar Selle. Applaus Simona Dottmann, Robert Freibabettri, Dagmar Selle. Maha Purallo Rienger. Applaus Samara Ambenecker, Feld Sport-Sylbergen. Applaus 677 Zendt Miran Tagashi, Becker아 bloomersi. Applaus Luzia Habegger, Jörg Vogel GmbH, Aschleismatt. Nico Häfliger, Gowin Sorsi. Linda Knubb, Gowb Willisau. Tamara Lötzscher, Migros Malters. Jasmin Marbacher, Migros Orsi. Rita Moraes, Charles Vögele, Mode Sorsi. Joel Pochard, Stöckli Swiss Sports. Entschuldigung, hat sich entschuldigt für heute. Corinne Stadlmann, Gowb Willisau. Ramona Stadlmann, Klosterbäckerei in St. Torben. Maik Sumpiger, Migros Achmar Zorsi. Und Jasmin Walima, Utsmode Rusmu. Applaus Dann darf sich die letzte Klasse der Detailhandelsbachleute bereit machen. Das ist das THF 13D und Klassenlehrerin Barbara Hubiler. Gut, dann legen wir los mit Severin Bucher, Postschweiz Sorsi. Applaus Selina Felder, Schapü AG, Willisau. Applaus Monika Cerczai, Postschweiz Sorsi. Applaus Florian Goyani, Epper Sorsi. Applaus Martina Graber, Expert Graber Sorsi. Applaus Martina Huber, Landi Schönz. Applaus Milena Hügi, Postschweiz, Willisau. Applaus Jasmin Honkaler, Babette Trifomat Sorsi. Applaus Pascal Kneubühler, Garage Heller, Sorsi. Applaus Nadia Lönscher, Landi Schöpfe. Applaus Manuel Madureira, Därendinger AG, Reiden. Applaus Jasmin Meyer, Landi Wolhusen. Applaus Michael Müller vom Horstädter Sorsi ist ebenfalls entschuldigt. Renat Bortmann, Goliath Fashion, Sorsi. Applaus Ramona Rösli, Metzgerei Felder, Entli Buch. Applaus Selina Rösli, Bekleid Daumen, Hergisweil. Applaus Julia Sets, Stirnema Schuhe, Wolhusen. Applaus Leonhard Velay, Fust AG, Sorsi. Applaus Bernard Velay, Fust AG, Sorsi. Applaus Sandra Vogel, Landi Malthers. Applaus Tamara Winterberg, Estermanns Foto und Bürobedarf, Sorsi. Applaus Franziska Wüst, Papi Rama, Schenke. Applaus Und last but not least, Livia Ziermer, Bommel, AG, Schöpfe. Applaus Applaus Gut, wir machen weiter mit der nächsten Klasse. Und zwar bitte ich, KB 13 führerzukommen. Klassenlehrer von Thomas Samuel. Wir starten mit der Manuela Ademi, Rottal Auto AG, Röswil. Applaus Diana Martins, Swiss Excellence Forum in Fust AG. Sorsi. Applaus Gendiana Dedai, Ottos AG, Sorsi. Applaus Gendiana Dedai, Ottos AG, Sorsi. Applaus Jessica Duschi, Office Partners AG, Franco Dorn. Applaus Chris Gehrig, Trifact AG, Sorsi. Chris Gehrig, Trifact AG, Sorsi. Applaus Maria Cionei, Ottos AG, Sorsi. Applaus Julia Heller, Rosset Technik, Sorsi. Applaus Andrea Hellmöller, Immobiliar, Willisau. Applaus Simona Käsebier, Hit, Haus und Industrietechnik AG, Räide. Applaus Manuel Köisch, Bison Schweiz AG, Sorsi. Applaus Melina Meyer, Affedranger Bau AG, Alpbüren. Applaus Applaus Sheryl Moser, Basso Treuhand AG, Sorsi. Applaus Applaus Lara Roos, Gavo Gasser AG, Wallhausen. Applaus Nadine Rothenbühler, W Graber AG, Räide. Applaus Lisa Steffen, Autobir AG, Sorsi. Applaus Wir kommen zu der Klasse K.E. 13a mit der Klassenlehrer Erwin Frey. Applaus Wir starten mit der Christa Alessandri, SIGA Service. Applaus Sempre Untertitelung des ZDF, 2020